hallo meine lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder vielleicht sogar neu auf beim kanal für diejenigen unter euch die mich nicht kennen erst mal mein name ist kathrin und wie bereits erwähnt in meinen vergangenen videos zum klossy boxel wisst ihr vielleicht dass ich euch ja schon gesagt hatte und auch in bei dieser limited edition unten in die kommentare geschrieben hatte und das angepinnt habe ich habe ja noch mal zugeschlagen so begeistert war von dieser limited edition auch und ich wollte ja unbedingt wissen war das zufall oder ist das vielleicht wirklich so dass jeder die bekommen ich habe tatsächlich heute den ersten kommentar gelesen dass es eine grazia box gab die war auch sehr sehr schön auf jeden fall ich weiß jetzt nicht genau ob ihr sie noch erhalten werdet ob sie vielleicht alle schon abverkauft sind und jetzt irgendwie die grazia boxen unterwegs sind ich weiß aber ganz viele und da freue ich mich echt haben das mitgekriegt haben ein video auch mitgekriegt und haben dementsprechend auch zugeschlagen und haben die benefit box erhalten und auch ich wie gesagt ich habe es euch ja angepinnt ich habe bei instagram folgt mir da auch gerne heiße ich genauso wie hier und bin ich ein bisschen flotter die meiste zeit es sei denn ich bin wirklich ein frack und müde aber da bin ich ein bisschen flotter was angebote reduzierung big deal alarms einfach angeht bis ich immer gefilmt habe das dauert halt immer leider ein bisschen und deswegen kann ich euch da immer schneller was zu sagen oder sagen hier leute schnappt euch die sachen die sind gut auf jeden fall habe ich ja noch mal die einzel limited edition box nach bestellt und leute ich freue mich so sehr ich habe sie einfach wieder geschnappt und ich finde ich eine sehr sehr gelungene box für 25 euro die links ich hoffe der sale ist noch wenn ich jetzt hier das video mache aber im moment gibt es die sachen alle noch versuche ist so schnell wie möglich zu bearbeiten das dauert ja auch immer so ein bisschen kathrin labert wieder auf jeden fall ich habe die noch mal gekriegt und wie gesagt heute habe ich halt gelesen dass eine grazia box gelandet ist also vielleicht für euch interessant dass ihr auch ich habe ja gleich gesagt mal ich weiß es ja nicht es ist ja keine garantie aber chiquitas blaze hat zum beispiel hat sich auch die box geschnappt und hat auch diese benefit box gekriegt und ich also viele viele auch auf instagram habe ich gesehen wie dann die benefit boxen einfach sich sich geschnappt worden sind halt angekommen sind bei den leuten dass die erhältlich waren ich habe aber nicht nur diese einzel box bestellt weil ich dachte okay wenn die jetzt so coole limited editions raushauen schnappe ich mir doch auch einfach mal das feuer bundle und dachte vielleicht sind da auch wieder coole boxen mit drin ich meine schaut mal bei der lieben wo sie rein die hat nämlich auch beim sale zugeschlagen und hat auch die limited edition sich geschnappt und soweit ich das jetzt noch im kopf habe habe ich noch mal die gleichen bekommen die sie auch hat und ich habe sie natürlich schon aufgemacht und einmal reingestöbert und ich habe hier einmal it's a glossy birthday am start und und da freue ich mich da habe ich die andere so ein bisschen eingelegt ich hole sie mal raus die habe ich mir nämlich nicht geholt gehabt und das ist die celebrate the joy of beauty diese weihnachtsedition ist einmal hier am start ich öffne einfach mal zuerst die weihnachtsedition wenn ihr wissen wollt was in dieser benefit edition es könnt ihr ja einfach am besten da packe ich die nämlich nur die aus in meinem video einmal reinschauen was ich euch hier verlinke so jetzt geht es aber bei mir an die edition limité denn das ist nicht die deutsche sondern die französische box und das ist so süß gemacht hier einmal auch zum verschenken quasi dass man die namen drauf schreiben können und ps you are so beautiful steht hier einmal an der seite also richtig gold ist so zum aufklappen und hier kommt so ein toller duft raus ich habe so noch nicht in die boxen rein geschaut deswegen bin auch ich natürlich sehr sehr neugierig wir haben die lila schleifchen und ich versuche ich wollte euch ja vielleicht also nicht vielleicht ich frage euch auf jeden fall noch eine verlosung zusammen die kommt aber dann separat wo ich euch auch zeigen was ich rein machen deswegen versuche ich gerade bei dieser wundervollen box einmal die klevis vorsichtig zu öffnen damit ich ein habe den ich euch dann natürlich auch weitergeben kann und leute ich habe es geschafft weil da ist ja eine schöne box um euch dann was rein zu packen aber ich sehe oh mein gott was war denn das für eine box hier wie ich einfach alleine schon mal aus neugierde durchspüle ich muss gerade bei dem ersten lachen denn da habe ich kleine kennen wir sie nicht einmal die invisibobbles hier sind noch mal am start die hatten wir ja in einer anderen box auch einmal drin gehabt auch wieder in gold und rosé gold und in silber quasi die werde ich dann auch zur seite packen damit ihr da vielleicht auch zuschlagen könnt dann geht es weiter also bei der verlosung ich bin schon wieder in gedanken woanders christoph robin ist hier etwas auch wieder diese hydrating melting mask mit aloe vera ist einmal hier mit drin eine schöne interessante maske auch haben die das getan war das bei uns auch drin da ist vielleicht ein grund warum ich nicht zugeschlagen habe leute wir haben was mega expensive mäßiges hier drin ich weiß ich mochte das eigentlich das ist echt ein tolles produkt mich jetzt nur irgendwann so genervt und es ist einfach nicht leer geworden aber ich finde es halt völlig überteuert also man muss nicht über diesen preis reden ist wieder dieses rose sugar lip scrub dass die meisten auch einfach nicht mehr sehen können weil weiß halt nichts neues mehr ist nichts spektakuläres mehr ist aber ich weiß ganz viele von euch sind hier auch dabei die sind kein glossy box abonnent oder look fantastic oder wo diese teilchen mit drin war deswegen wird das wahrscheinlich dann auch für euch in die verlosung wandern wenn nicht kann man das ja auch immer noch weiter schenken dann 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 gehe ich mal zu einem teilchen da habe ich mich sehr gefreut und ich frage mich warum ist hier noch mal so einmal in einem extra tütchen hier verpackt daher kommt vielleicht seht ihr es ist einfach ein produkt von guter beauty das ist natürlich immer sehr sehr schön warum es jetzt in diesem extra tütchen ist ich weiß es nicht ist auf jeden fall ein lip kontur in der farbe venus also ein schöner farbton den man aber heftig anspitzen muss oh nein oh oder kann man das was ist das oh mein gott ich mache es gleich kaputt auf jeden fall ist von guter beauty ein hier lip liner ich dachte man kann den raus drehen aber da unten dreht sich auch was ich könnte jetzt sein dass da einfach spitzer ist aber ich möchte es nicht weiter zerstören deswegen lege ich das mal darüber dann habe ich hier give them lala beauty das kennen wir doch auch einmal hier so was bist du lip liner mascara ich weiß es noch lip quencher ein hip quencher katrin also wirklich oh mein gott er kommt auch oh mein gott in so einer schönen verpackung daher ich dachte das ist auch so marble design aber ich glaube dass es einfach nur ein bisschen die ich sagen dreck oder design ich weiß es nicht auf jeden fall hat er so einen kleinen schwarzen fleck da oben warum auch immer und ist denke ich mal so ein lip gloss drenched steht einmal hier drauf ist das so einer wo sich ein bisschen der farbe hier mit ach wie heißt denn hier lippen anpasst produkt geh wert oder sowas ich weiß es nicht oder ob es normaler lip gloss ist einmal der mit in dieser box ist sehr spannend dann geht es auch richtig viel noch drin ich denke die ganze zeit wir sind fertig aber da kommt noch was unter anderem hier so eine kleine süße palette oh mein gott die werde ich euch auch einpacken ist von elf so eine kleine palette in so hoch ja so lila ja ihr seht ich bin still in so rosa farben einmal der mit drin dann habe ich gesehen hier ist einfach was von murat mit drin und zwar ein ach das ist ein kleines teilchen ich dachte das wäre vielleicht eine seife oder so einmal dieses teilchen ist hier einmal mit am start murat auch eine sehr interessante hochpreisige marke ist ein essential c day moisturizer mit einem lichtschutzfaktor von 30 einmal mit drin eine sehr große verpackung für einen kleinen mobs und wer hier beinhaltet ist aber mal kurz zum testen einmal der dann hatten die lieben franzosen was hatte die noch da drin ein pendel also von luvia ein prime ist doch luvia oder ja ein flash genau diesen kleinen hier ist einmal auch mit drin den habe ich tatsächlich auch schon der war auch bei uns irgendwo mal mit drin einmal diesen glaubt in der mensch der box i don't know valentinstags box ne ich glaube da war der mit drin dann habe ich hier an beyond veil skin glowing gel von ila masker einmal hier das sind diese kleinen tiegelchen so ein kleiner primer quasi und da gibt es zwei verschiedene und das ist hier der mit glow irgendwie auf jeden fall dieses kleine das ist so goldig dieses kleine töpfchen einmal hier mit am start dann sind noch zwei produkte in dieser wunderschönen box die hier noch mal mit so ganz weichem krissel einmal eingepackt ist und zwar habe ich hier noch was sehr interessantes und ich meine das hier ist auch das was so gut duftet das ist ein sehr angenehmer ein bisschen männlicher duft irgendwie also ich würde jetzt nicht nach blumen und ralala irgendwie ist das so ein bisschen männliche sehr also so herber vom geruch her aber mag ich gerne ist ein momo shampoo moisturizing shampoo für trockene und dehydrierte haare die marke sagt mir nix das shampoo sagt mir nix finde ich auf jeden fall sehr sehr spannend so eine kleine flasche hier einmal ich weiß nicht wie viel drin ist 30 milliliter 75 milliliter entschuldigung sehr sehr spannend auch sieht das aus dann kommt hier als letztes noch was sehr cooles und zwar ein pressed illuminating powder und zwar von beautycorp glow milk und da hatten wir doch diesen kleinen süßen wo ist er denn wo ist er diese kleine süße milchtüte auch mal in einem sale gehabt ich finde ihn nicht auf jeden fall war das echt ein tolles teilchen weil ich noch mit ein bisschen öel retten konnte und was hier auch auf jeden fall irgendwo auf diesen diesen tisch am start ist der ist noch mal extra hier eingepackt und und der sieht aber sehr dunkel aus hier bläsche heißt das ganze wir haben hier drei gramm und leute ich habe euch gerade auch mein penning sisters abgefilmt also wir brauchen nicht drüber reden dass man selbst an diesem kleinen teilchen echt lange hat ich gehe hier einmal rein auch eine schöne stanzung hier drin auf jeden fall sieht er auch wie dieser kleine in der milchflasche von der farbe her aus gut der ist schön leute schaut euch den mal an das sieht richtig toll aus wow also der gefällt mir sehr sehr gut vom farbton her auch und finde ich auch sehr cool eine schöne box die lieben franzosen ich weiß gerade leider gar nicht so was in der deutschen variante drin war schieb mal hier ich habe hier wieder alles rumstehen weil ich was gesucht habe aber ich weiß gar nicht was in der deutschen variante drin war auf jeden fall nichts was mich gecatcht hat weil sonst hätte ich wahrscheinlich zugeschlagen ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen wie gesagt ich hatte sie nicht aber diese box und ich weiß nicht hoffe jetzt sie ist französisch ist die it's a glossy birthday box die hatte ich mir nämlich auch geschnappt weil ich die ganz cool fand kommt hier einfach nur mal so eingerappt und da innen drin ist eine normale rosa verpackung limited edition it's a glossy birthday ok der glossy august steht im zeichen also es ist ich habe hunger die deutsche variante dieser box das heißt die kenne ich die hatte ich schon und habe sie tatsächlich schon mal entdeckt aber ich bin mir gar nicht mehr sicher was hier alles so drin war auch hier noch kein schmeißer rum ich mir gekauft habe Leute oh mein gott okay hier kommt als erstes das ist auch so süß ne weil ich dich mag wünscht dir was so eine kleine hier kerze einmal diese merkt ihr was wie heißen sie denn jetzt schon wieder die funken kerzen hier wonderkendel wunderkerze so genau die ist einmal hier mit drin eine kleine aufmerksamkeit dann haben wir hier drin oh gott das muss ich machen meine schubflechte macht mich fertig im moment also wirklich die die greift gerade bei mir so ziemlich alles an meine hände sehen echt aus aber ich habe hier eine handmaske und zwar von le mini makaron einmal diese hier mit vanille und mandel extrakten masken sind natürlich auch cool und das war wahrscheinlich auch hier so der ausschlaggebende grund warum ich hier die box mir geschnappt habe ist nämlich ich habe ich schon erwähnt dass die richard zu steigen ist sehr sehr gerne mag ich mag die echt super gerne und das ist der ritual of jing sleep mit sacred wood und lavendel lecker 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 ich mag lavendel eh gerne und ich mag diese duschschäume halt unheimlich gerne ist für mich schon ein riesen punkt wo ich sage okay die box ist sehr schön was ich nicht schön finde ist dass wir hier von diese kleine palette einmal mit drin hatten die wir auch vorher schon mal irgendwo in boxen hatten also das ist auf jeden fall eine palette die habe ich deswegen wird auch so was bei mir natürlich weiter wandern dann ein teilchen und das habe ich auch schon da und habe ich auch schon weitergegeben ist eine bräunende schlafmaske für den körper von james reed gratuit sehr teuer aber ich sag aber ich traue mich immer mehr an so selbstbräuner produkte an ich habe auch im moment dieses selbstbräuner serum und das habe ich so richtig für mich entdeckt wo es in dieser limited edition von look fantastic in dieser sommer box gab das ist toll leute auch für den körper kann ich mir gut vorstellen aber ich habe immer so angst dass ich so fleckig werde auf jeden fall das einmal mit drin dann da hatte ich mich sehr drauf gefreut und habe die falsche farbe gekriegt ist hier einmal drin von iconic london nämlich dieser triple precise brownie die feine also dieser augenbrauen stift chestnut brown oh mein gott welche farbe hatte ich denn damals und habe war traurig dass sie mir nicht gepasst hat war das chestnut brown glaube ash blond habe ich damals oh ich habe die richtige farbe dann anschein weil ich hatte es blond gekriegt genau wo ich gesagt leute ihr habt doch chestnut brown angegeben gehabt und der den könnte ich mal aussortieren leute der ist mir nämlich viel viel zu hell den muss ich mal hier in meine aussortierte einmal machen der war mir nämlich viel zu hell und jetzt habe ich die richtige farbe durch umwege das gibt es doch nicht bei den fand ich super super spannend der sieht immer noch sehr hell aus aber ich probiere es mal der ist ja noch heller leute oh mein gott hahaha okay das ist ein absolutes no go also leute ich habe ihn nur gerade geswatcht vielleicht aber der ist so speziell von der farbe her das ist natürlich blöd aber der ist ja noch heller dann werde ich den leider auch aussortieren weil chestnut brown heute der ist ja das echt blond passt mir ja besser und selbst das passt mir nicht auf jeden fall der einmal mit drin wie schale ich habe mich gerade schon richtig drüber gefreut gehabt aber auch der wird dann leider einmal weiter ziehen weil das hat nichts mit braun zu tun das ist ja schon rot also nichts für mich auf jeden fall aber ich sehe hier noch ein bisschen extra die ich sehr gerne mag unter allerem hier nämlich ein von banana beauty ein velvet lip mousse ist hier mit vorhanden drin und zwar in dieser wunderschönen farbe einmal der mit drin und dann eine maske die ich persönlich sehr gerne mag von christoph und bern eine hier diese die habe ich auch schon mal benutzt gehabt und ich mochte den duft sehr gerne ich weiß ganz viele mochten den duft da nicht leiden ich mochte den sehr gerne ich fand die pflege sehr gut und dann noch etwas für die haare hier drin und zwar von blum & poppy ein hair finishing gel was ich mit meinen kleinen zotteln ich hab heute noch nicht mal haarspray drin ne und da ist schon wieder die locke am start auf jeden fall so ein kleines finishing gel für die haare noch mal so ein bisschen anzutackern und wegzumachen und das war auch das letzte teilchen also mir hat die die ich brauche mein über benefit müssen wir nicht reden auf jeden fall hat mir die auch sehr gut gefallen hier diese französische man freut sich natürlich auch immer über die produkte ich so trocken heute über die ausländischen box ein bisschen mehr weil so wie jetzt halt leider habe ich mir die box natürlich auch damals geschnappt gehabt und sind trotzdem schöne produkte ich bin noch ein bisschen traurig mit ihm hier aber ich sage ja ich packe euch eine schöne verlosungskiste zusammen und ich bin eine kleine tetris maus ich quetsche da rein was geht bei soll sich ja lohnen und wenn nicht wird noch ein bisschen extra aufgefüllt aus meinen kleinen vorräten als kleine überraschung für euch das kommt aber in einem separaten video und ihr lieben das waren die ja die einzelne limited edition box aus dem klossi box sale und das zwei wandel ich weiß nicht entscheidet selbst wenn da produkte sind die ihr richtig klasse findet ich glaube ich habe so ziemlich alles abgegrast am klossi box sale was ist sogar außer jetzt so die anderen wandels aber die sind ja eigentlich immer sehr identisch zum fünfer wandel ich habe den rituals schaum oh mein gott den habe ich ganz verdrängt da freue ich mich schon mega das passt da passt der preis auf jeden fall von den boxen weil allein das teilchen freue ich mich mega andere coole sachen und da passt auch diese kleine box dann für mich habe ich hier immer noch leute was tut ihr süßen wunderschönen tag abend nacht morgen mittag ciao ciao